Mit bloßem Auge sind Kopfläuse im Haar sehr schwer zu erkennen. Daher benutzt man einen speziellen Läuse- und Nissenkamm, zum Beispiel von Nüder, um das Haar auf Kopflausbefall zu untersuchen. Auskämmen funktioniert am besten im nassen Haar. Zunächst werden die Haare gründlich gebürstet, damit sich der feine Läuse- und Nissenkamm nicht im Haar verfängt. Den Nüder Läuse- und Nissenkamm so in die Hand nehmen, dass der abgewinkelte Handgriff vom Kopf wegzeigt. An der Kopfhaut beginnen und Strähne für Strähne den Kamm langsam zu den Spitzen ziehen. Nach jedem Durchkämmen den Kamm sorgfältig mit einem Papiertuch reinigen und auf Läuse und Nissen kontrollieren. Sobald Sie eine Laus gefunden haben, ist der Kopflausbefall bestätigt und sollte umgehend mit einem geeigneten Kopflausmittel, zum Beispiel von Nüder, behandelt werden. Das Nüder-Sortiment erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Nüder-Läusespray und der Nüder-Läuse- und Nissenkamm sind für Kinder bis 12 Jahre mit ärztlichem Rezept erstattungsfähig. Läuse-Nerven – mach sie Nüder!